So, soll ich hier noch nicht facken oder nicht? Nein, eigentlich nicht, oder? Oder ich mache hier und dann da und da. Na ja, ich gucke erstmal wie das aussieht. Das kommt dann weg, das kommt dann weg. Ich jump hier rein. Ja, hier sieht so ein bisschen komisch aus. Wo war eigentlich der Weg nach unten? Okay, hier nicht. Ach, hier. Dann lassen wir mal kurz die Plattform. Ich würde es mal gerne so von unten anschauen, wie das aussieht. Gerade am besten wenn ein Nachtisch, haha, da wo die ganzen Monster dann sind. Oh, das war wieder knapp. So, und da läuft schon jemand rum. Gehen wir mal lieber kurz pennen. So, ja, geht sterben. So, und wir haben viel zu viel Kobbels, haha. Okay, das brennt noch. Äh, nein, da will ich nicht rein. Nein. Pandaman, blöder. So, eine Spinne, die macht uns hier eigentlich nichts mehr. So sieht es von nahm aus. Da sieht man eh nicht so viel. Und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen wegrenne. Oh, eine Enderpearl. Oh, zwei Enderpearls. Hm. Sieht ein bisschen komisch aus. Wartet mal kurz. Ich gehe mal auf eine kleine Anhöhe. Okay. Ja, ist gut, Zombie. Oh. Okay. So. Oh, nochmal was. Jo, so schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus. Nur, das sieht ein bisschen komisch aus, weil man das Glas nicht sieht und es von der Luft dann hängt. Hm. Da muss ich mal auch, hm. Obwohl, ne, bei Tag muss ich das ja schauen, wie das mit dem Licht aussieht, mit dem Glas. Ich weiß, ob das was bringt oder ob wir einfach so das komplett aus Stein machen, dann sieht es vielleicht auch nicht so komisch aus. Mal schnell hinrennen. Mal schnell zurück. So, oh hospital, da ist das Ding. Ja, ein bisschen Licht scheint rein. Aber von außen sieht es beknackt aus, fertig aus, lass mich mal hoch, dann kommt hier ein Stein hin, dann machen wir das komplett anders, dann machen wir es so wie ich es am Anfang geplant habe, so, 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 weiß nicht ob jemand das sieht oder ob man es sieht, so, also, ich würde dann mal sagen, dass wir wohl fertig sind und das ist mal eine richtig fette Spawn Point Markierung, auch wenn der Spawn Point hier war, da an dem Baum, aber egal. Und, wow, ich wollte mal gucken, ob man hier direkt ins Meer springen kann. Hm, obwohl, nee, das ist wohl, glaube ich, nicht so tief hier, obwohl das ist, glaube ich, ein Block tief, das ist dann, glaube ich, zwei und dann hier, glaube ich, drei und da dann mehr, aber, oh je, ob ich so weit springen kann, soll ich es wagen oder nicht? Kläglich dran fehlen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, oh je, naja, egal, spaßeshalber. Oh, nein! Okay. Und warum bin ich im Turm gestorben, obwohl es zwei tief waren und hier nur eins? Muhaha. God Mode, bitte wieder aus. Ähm, nein, ich cheate nicht. Oh, Anaman. So, dann sind wir ganz schnell nach unten gekommen. Ach, nochmal kurz gucken, wie es jetzt von außen aussieht. Was ist eigentlich das für komische Musik? Kenne ich gar nicht. Ja, so sieht es eigentlich schon mal viel besser aus, obwohl auch ein bisschen komisch. Aber vorerst lassen wir das mal. Oh, ich kann nicht mehr sprinten. Okay, wenn nur noch so drei Keulen angezeigt werden, kann man nicht mehr sprinten. Blöd. So, ja. Ansonsten in dieser Aufnahme haben wir es geschafft, den Turm fertig zu stellen. Es sollte halt noch irgendwann was Schönes reinbauen. Ich gehe mal kurz nach oben, wie es mit dem Licht aussieht. Oder Dunkelheit, Helligkeit. und dann würde ich mal die aufnahme beenden und bis zur nächsten aufnahme mal schauen was wir da ein tolles machen können ja wohl vorerst mal hier ein bisschen ausbauen ui 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 da ist aber recht dunkel hahaha zumindest mal da oben vielleicht an der ebene noch weiche oder naja egal ich bin mal die außen boah das so ein tentakel quallen dingsbums fisch ding und da auch Was geht denn jetzt ab? War da bis jetzt auch noch nie. Ja. Okay. Also dann, ich beende mal die Aufnahme und jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Ja, hier haben wir letztes Mal aufgehört. Was ich mir in der Zwischenzeit gedacht habe, eigentlich groß gar nichts. Viel mehr so, wie machen wir weiter? Okay, den Pfosten müssen wir noch weg machen. Und ich habe mir gedacht so, ja hier sind gar nicht so viele Bäume, da können wir auch noch ein paar Pflanzen und dann, ja sollten wir hier oben ja noch was reinbauen. Wäre doch auch mal schlau. So, das Loch ist aber auch ganz schön tief. Haben eigentlich noch was im Ofen, also ich bin jetzt ziemlich unvorbereitet. da noch ein paar. Weil ich, ähm, schon länger nicht mehr Minecraft gespielt habe. Graviel haben wir auch noch massig. Okay, woher haben wir jetzt zwei Enderperls gehabt? Das weiß ich gar nicht mehr. Hm 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 hm. Ähm, ja, ich muss mich noch kurz ein bisschen sammeln. Ja, so sieht es dann im Endeffekt aus, Sprinten kann ich nicht mehr leider. Okay, passt auch voll hier in die Umgebung rein, also perfekt muss ich schon sagen. Jo, und es wird schon langsam dunkel, deshalb verkrümeln wir uns wieder in unseren Turm und ich hätte es irgendwie Bock wieder zurück zu den Spinnenspawner zu gehen und ich glaube das machen wir einfach mal, dass wir da mal getrost rein rennen und schauen wo es da hinten weiter geht. Da nehmen wir noch ein paar Sachen noch hier rein. Holz brauche ich eigentlich auch nicht mehr, aber es ist jetzt eigentlich schon alles voll, so wie das aussieht. Ist auch so super aufgeräumt, obwohl da ist noch ein Platz. Die Knochen brauchen wir da unten eigentlich auch nicht. Die Steine, äh so, ja toll gar kein Platz mehr. So, die Steine wollte ich weg tun, genau. So, noch ein bisschen drauf vorbereiten. So, was brauchen wir eigentlich noch? Ja, nehmen wir noch am besten eine Schaufel mit. Wäre nicht schlecht. Okay, die Axt brauche ich so auch nicht. Wie viel Spitzhacken? Nehmen wir mal lieber so viel mit. Und ein Schwert haben wir, Pfeil und Bogen haben wir, ähm, aber nur 16 Fackeln, verdammt. Ach, und ich habe jetzt das ganze Holz zu Wundenblanks gemacht. Das geht doch, glaube ich, gar nicht, oder? Da brauche ich, glaube ich, echtes Holz. Da war mal wieder einer ganz schlau. Obwohl, geht das irgendwie so. Irgendwie ging das doch auch mit Stickies, oder? Habe ich doch irgendwie mal, ja, aber da braucht man, glaube ich, das normale Holz. Obwohl, wir werden ja wohl da unten noch ein paar Kohle Stückchen finden, denke ich mal. Dann legen wir mal das Eisen weg. Hier noch ein paar Spitzhacken. Obwohl, ähm, so, so. So. Ein bisschen umkrümeln. Nein, so hin. Okay, ich glaube, das reicht erst mal. Nehmen wir noch ein paar Koppels mit. Obwohl, das Glas können wir auch da weg tun. Ähm, ansonsten, ähm, brauchen wir eigentlich nicht. Nichts. Hoffe ich ja jetzt mal. Ähm, obwohl. Na, zum Essen habe ich gar nichts mehr. Toll. Ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen was zum, noch ein bisschen was zum Essen. Was rennt denn da hinten rum? Oje, den Creeper. Den lassen wir mal lieber in Ruhe. Obwohl, man sterben kann mir eigentlich, glaube ich, nicht, wenn man verhungert. Also, in Minecraft zumindest mal. Ich glaube, das zieht halt nur ein bisschen Leben weg. Aber es ist ja auch nicht so gut, dass wir dann so wenig Leben haben. Ach, ich gehe einfach noch kurz eine Runde pennen. Und dann passt es schon.